Die Kurven, die Aussicht, das ist alles grandios. Das ist Wahnsinn. Hervorragend, sehr gut gelungen, Top-Organisation, besser als ich mir das vorgestellt habe. Da war alles dabei, Passstraßen, Top-Routen, tolles Zimmer, tolle Mannschaft, hier wo dabei war. Ich habe keinen gekannt, bis auf den Willi, aber die anderen, das waren immer Gespräche in alle Richtungen, das war toll. Und dann gestern noch das absolute Highlight, das Abendessen, das sich über fast drei Stunden gezogen hat, also echt was für Gourmet-Freunde. Es war spitzenmäßig. Gourmet-Freunde die Typen optimal. Also, es gibt nichts, was ich mir wünschen könnte. Das war wirklich ein gelungenes Wochenende.